Na, auch Lust auf ein kühles Eis bei diesen tropischen Temperaturen? Rund um unseren schönen Schliersee haben wir gleich zwei mobile Angebote. In Fischhausen, auf Höhe vom Andalbauer, steht der Eiswag vom Sapore Italiani. Ach, ist das herrlich, mit Blick über den ganzen See bis nach Schliersee und am Spielplatz in Schliersee, ganz in der Nähe der Vitalwelt, freuen sich nicht nur die Kinder über eine süße Abkühlung. Servus, ich bin die Sophie vom Eiskaffee Dolomiti in Schliersee, wir stehen hier unten am Spielplatz immer von 1 bis 6 bei schönem Wetter und am Wochenende vor allem und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch mit Eis oder ein Eiskaffee besuchen kommt. Und das Beste ist, beide Eiswagen werden auch beim Schliersee sehr seefest dabei sein.